In der Tung ist Lovakin, Dragonborn! Dieser gibt ihm eine Doppelschwäche gegen Flug, sowie eine normale Schwäche gegen Gift, Feuer, Fee, Eis und Psycho, allerdings auch eine Resistenz gegen Pflanze, Wasser, Elektro, Boden, Gestein und Unlicht. Wenn man auf Brigarons Basiswerte sieht, dann fallen zuerst der gute Angriffs- und Verteidigungswert ins Auge. Kombiniert mit einem ordentlichen KP-Wert hat man also einen starken physischen Tank hier. Die EV habe ich hier voll in KP und Angriff verteilt, dazu ein hartes Wesen, um den Angriffswert zu maximieren. Als Fähigkeit hat man die Wahl zwischen Notdünger und Kugelsicher. Wobei ich Kugelsicher hier als wesentlich sinnvoller finde, da Brigaron somit eine nützliche Immunität gegen alle Attacken bekommt, die Projektile oder Bomben benutzen. Darunter auch häufig gespielte Attacken wie Spukball, Energieball, Matschbombe und Samenbomben. Im Moveset für dieses Brigaron verwende ich Samenbomben, Ableithieb, Zentkopfstoß und Steinhagel. Ich verwende hier vier offensive Attacken, weil ich dieses Brigaron mit einer offensiv feste spiele, welches seine Spezialverteidigung auf 279 erhöht, womit er fast so viel Spezialverteidigung wie Verteidigung hat. Samenbomben und Ableithieb sind solide Step-Attacken und Ableithieb gibt Brigaron sogar noch eine Möglichkeit sich selbst zu heilen. Zentkopfstoß ist vor allem gegen Gift-Pokémon und Steinhagel für Flug-, Feuer- und Käfer-Pokémon. Brigaron wird normalerweise mit Status-Attacken wie Egelsamen und Schutzstacheln gespielt. Daher wird euer Gegner mit den beiden Coverage-Attacken nicht wirklich rechnen und denkt also mit Käfer-, Gift- und Flug-Pokémon, welche allesamt Brigaron-Step-Attacken resisten, sicher einwechseln kann. Die Offensiv feste gibt Brigaron zudem eine gute Möglichkeit spezielle Attacken zu überleben. Dieses Brigaron ist also eigentlich dazu gedacht, die Pokémon, die es normalerweise könnten, würde aus dem Hinterhalt des Gegners zu locken und sie dann mit gut predikteten Attacken aus dem Spiel zu nehmen oder zumindest stark zu schwächen. Da Brigaron eine Menge Resistenzen hat, bieten sich für ihn eine Menge Möglichkeit sicher eingewechselt zu werden, gerade wenn es sich um Attacken handelt, die von kugelsicher abgeblockt werden. Brigaron kann normalerweise eine effektive Attacke auch noch gut wegstecken, haltet euch aber für Flug-Attacken fern und bleibt nie im Flug-Pokémon drin, da ihn diese trotz seiner guten Verteidigungswerte one-hitten können. Für Brigaron gibt es eine ganze Reihe von Team-Optionen. Tarnsteine im Team sind nie verkehrt, um die Flug-Pokémon, die gerne in Brigaron reinwechseln, anständig zu begrüßen. Magneton oder Magnezone eignen sich gut, um für Brigaron reinzukommen, um die Attacken abzufangen, da diese außer gegen Feuer eine Resistenz gegen alle Attacken, die Brigaron effektiv treffen, aufweisen. Dazu noch ein Pokémon mit Feuerfänger und man ist hier eigentlich gut abgedeckt. Wie der Rest eures Teams aussieht, ist wieder euch überlassen. Das war mein offensivfesten Brigaron. Jetzt dürft ihr wieder in die Kommentare schreiben, wer als nächstes drankommen soll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020